Rated R für RETARDED Ja, das geht wohl einigermaßen klar Da denke ich mal, wenn ich meinen coolen, meine Rotation hier behalte. Sollte aber keine T-O rein. Außer vielleicht, wenn ich mit Feuer stehe. Das wäre jetzt nicht so ganz toll. Na komm. 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 Ja. Ja. Genau. Bomben nehmen und dann noch einreisen. Ich hoffe mal, ich bekomme schnellstmöglich meine... Aber wie heißt es? Dieses Buch, dass du diese ganzen speziellen Fähigkeiten einnützen kannst. Das wäre ja noch relativ geil. Weil... Weil, äh... Weil, äh... Es fühlt mir echt... Was, äh... Was, äh, in deinem Skillbaum hast du ja, diese Fähigkeiten, die du hier nur einsetzen kannst, weil... da halt... da halt... steht von wegen, ja, hört man nur um Legenden oder so'n paar... Ähm... Ähm... Ja, das ist, das ist ein Buch, das du kaufen kannst, das ist aber relativ... relativ... relativ teuer, beziehungsweise relativ schwer zu bekommen. Wollen wir mal, ich... So, ich glaube, wir sind... Fertig. Tür. Hallo? Ah! Jetzt geht's auf. Alles klar. Das war F2. Und wir sehen uns wieder... Bei... Bei? Nee. Auf der Ebene F3. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Zusehen und ciao! Jetzt kommt London Team 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 Bis zum nächsten Mal.